Weil... Mehl auf dem Shirt... Warum hab ich Mehl auf dem Shirt? Hallo meine Freunde, der Leichen und Zeichen unterhalten. Und willkommen zurück zu einem... Hallo! Best as a last player! Willkommen zu... Feed... Feeders heißt es mein ich. Es ist ein Spiel über Piranhas, die Leute den... Boden... Boden... Hoden... Im Spiel geht es darum, dass man Leute frisst und dann kann man den Piranha aufleveln. Von daher geil und cool. Hier ist es... Cheats? Geht's... Cheats? Stegi... Ist... Doof... Stegi's Doof? Okay. Das ist wie man zusammenstellen, wenn es euch gefällt. Lass mal einen Daumen nach oben. Dann sehen wir uns jetzt gleich im Spiel Deutschland wieder. Keine Ahnung, go. Black Blot to Upgrade. Okay. Hallo! Wow, wow, wow! Ah, man kann einfach da durch. Alter, das ist richtig Fute Ninja! Alter, richtig Maschine! Brrrr! Ich hab 1,1 Liter Blut. Ich bin fast so wie... David Beckham. Ich will jetzt die Fins upgraden. Du brauchst 3 Liter. Okay, gut, dann halt nicht. Wie er auch immer weggeht, Alter. Das wäre ja so der gefährlichste. Huanzon. Hallo! Oh, Alter! Riech zerstört! Riech zerstört! Guck mal, er will noch weggehen, aber jetzt fresse ich sein Leben. Ich fresse sein Leben und deine Eltern und... Ist das überhaupt gesund? Wie seh ich die... Wie seh ich die nicht mehr bekommen habe! Hallo, Boot! Ich möchte... Ist das gerade da versunken? Ich mach einfach weiter. Ich spiel das Spiel einfach nur... Oh, ich hab's auch gar nicht geschafft. Er ist tot. Dann gehen wir hier nochmal kurz in die Hodden. Hallo! Hallo! Können wir kurz die Hodden essen? Hodden! Was machen wir denn? Spine? Jaws. Ich möchte die Jaws. Yes! Das ist alles jetzt, oder was? Hauptsache, er schwimmt zurück! Was ist das denn? Das ist voll der Hammer Asiate! Aber keine 4 Liter? Vielleicht doch, vielleicht doch! Wir haben 4 Liter! Wir haben 4 Liter! Guck mal wie dick ich bin! Ich bin der dickste Fisch im Meer! So wie... Deine Mutter! Ich bin für ein Biespin, Junge! Direkt in die nächste Area! Zack, okay! Das müsste es sein! 9! 9,6 Liter! Dschung, Dschung, Alter! Weil ich für ein Konsumer bin! Ich bin regiger! Oh Gott, Alter! Wie groß ich bin gerade! Hi, hi! Dann esse ich nämlich wieder schneller! Let's go! Jetzt seh ich aus wie ein echter Boris Becker! So! Avoid Sharks, they bite! Kann ich hier nicht essen! Maschine, 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 Maschine! Hahahaha! Shark hast denn nichts gemacht, ne? Und zwar jetzt machen wir mal einfach so das hier für faster zu schwimmen, yes! Und... Warum hab ich da jetzt so einen kleinen Code? Alles mal, alles rein in den... Okay! Nice, Alter! Wir sehen echt aus wie Steffi Graf! Ich schwöre, Alter! Hier noch ein bisschen! Sieben Liter haben wir locker, locker drin! Zack, zack, zack! Nummer 8, Nummer 8, Nummer 10, Nummer 8, Nummer 8, Nummer 10, Nummer 8, Nummer 10, Alter! Neun Liter auf Blut! That's how I do it, bitch! Deswegen, genau deswegen, wegen neun Litern auf Blut bin ich... Sing... Single... Äh, gut! Dann upgraden wir mal weiter mit dem Shit, den wir haben! Gucken wir mal Scale! Wie toll ist das nächste... Lachen wir uns mal richtig zum... Piclon? Okay, läuft! Jump out zu Knockdown Humans! Ach, guck mal, wie geil ich aussehe! Leute, wir sind der geilste Piranha im ganzen Piranha Zoo! Alter, ich bin so ein Pro-Gamer schon in dem Spiel geworden! Ich schwöre, ich spiele das ESL! Nice! Und 15 direkt gesnackt, Junge! 15 Liter gesnackt! Wisst ihr, warum ich das snacke? Weil ich bin einfach so der Whacke, der Snacke, der Mecke! Ich habe mich gerade kurz wieder ein bisschen gedouble-timed wie... wie Sven... Sven One... Sven One! Wer kennt ihn nicht? Deutschland, ne? Und gönne uns nochmal neue Beißerchen! Hahaha! Hahaha! Dig, Alter! Hä, wo bin ich? Wo bin ich? Habe ich tot gewesen? Wie sehr ich keinen Hai essen kann? Also, ganz ehrlich... Wie sehr ich keinen fucking Hai essen kann? Das ist doch ein Witz jetzt hier! Selbst meine Mutter hat mir schon früher gesagt, dass ich Hai essen kann! Oh, Leute! Ich krieg es nicht hin! 17 in der Zeit ist fast unmöglich! Nein! 12! Es ist ein Unding! Ich krieg's nicht hin! Dann gönne ich mir halt nochmal neue Zähne! Bitch! So, ich brauche ganz viele Fishies für das nächste Level, damit ich das alles wieder komplett schaffen kann, Leute! Ich bin so blutrüstiger, geiler Typ! Hello! So, zack! Hier nochmal locker! 17 reingeholt! 18,2! Kein Problem für mich! Den Mensch! Hahaha! Nichts kann mich stoppen außer ein Uth! Leute, hier unten müssen natürlich noch einfach gehittet werden! Das sind Kombos auf Doom! Ähm... Auch mal am Boot oder so? Heute die ganze Zeit nur fucking Haifische! Hallo? Spiel? Deutschland? Okay... Alter, ernsthaft? Na ja! Leute, wenn's euch gefallen hat, dann lasst mal einen Aum nach oben da! Das war wieder ein Zusammenschnitt! Das war ein bisschen crazieres Spiel, Leute! Ihr könnt das gerne auch mal weiterzocken! Ist in der Beschreibung verlinkt! Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt... Bums! Keine Ahnung! Tschüss! Keine Ahnung! Töne Ahnung!